Pfff! Ja! Höchstlöckchen! Höchstlöckchen! Kommt drauf! Kommt drauf! Jetzt kommt da den Pferd langsam! Wir warten da nicht! Kommt drauf! Ja! Okay! Kommt drauf! Schon wieder an die Beine! Ja! Mann, 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 ey! Ja! Zeig, zeig, zeig! Hey! Weiter, weiter! Komm hin, hin, hin! Nach! Ach! Jetzt ist aber gut! Jetzt gehen... Steig, zeig! Wir sind rechts auf Axel! Jawohl! Jawohl! Zoll mit der Gewinnung! Kommt da, kommt da! Husten, 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 kein Paul! In die Mitte, in die Mitte! Lauf! Mit der Kommst! Oh! Geh vorbei, Michel! Freie Fahrt! Geh neune, ja! Oh, gut! Das geht doch gar nicht mehr, Mann, Mann, Mann. Das geht doch gar nicht mehr. Das geht ja bei der nicht hin. Das ist ja das Paar, der ist so direkt, der geht nicht mehr. Ohne die Pieke. Die ist bestimmt noch eine Pieke. Das ist der letzte Müller-Kurz, die Fassin. Ja! Richtig, Micha. Ja! 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 Oh, schönes Ding! Oh, schönes Ding! Also, er war ja schon mal bei Arne, da wusste ja nie einer, wie geht es mit dem Sport machen, der konnte ja alles. Ja. Der hat auch fast einen Scheiß gemacht. Jawohl! Jawohl! Oh, schönes Ding! Weg in die Hände! Aus die, aus die! Ja! Vielen Dank.